Kann ich das nochmal sehen? Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede! Nächste Runde tauschen wir durch Campbell, Campbell Ähm Okay Heavis ich brauche euch wieder hier vorne dran Ähm Tein Leid bleibt hier Die Rest des Leids sie versammeln wir vor mir den Angriff hier Also auf Tick-Tock, du fährst schnurstracks geradeaus, Vollgas hier vorne hin. Die anderen Leitzeal bleiben hier und cover. So, Heavys hier geht ja vorne auf Position. Wenn ihr all die ranfahrenden Heavys, wenn ihr versuchen, den Leit rauszupuschen, dann abfahren könnt. So, Heavys auf Position halten, genau. Ziehen wir mit den Leitzeal nach? Nein, nein, wir bleiben hier. Ich brauche von oben den Leitzeal, der mal in Türen durch City fährt. So kann das aufpassen. Auf alle Fälle Informationen, wenn über was übers Feld kommt und über die 6er-Linie. Keine Heavys, die auch kein Leitzeal. Gut. Okay. Und vorne kann man hier. Ähm, Maus hier mit drüber. Jo. Sollen die Heavys sich schon verschieben auf D6? Ach, die haben sich zurückgezogen. Okay. Ähm, Heavys. Heavys, Heavys, die pusht, die pusht hier vorne auf die... Lights, Lights, wir machen unseren Move. Wohne bei mir sammeln. Außer Kantolz. Ähm, Heavys. Bei... Auf, 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 auf Kommando fährt ihr hier vorne, hier vorne ran, hier vorne ran, ja? Und bleibt hier vorne im Block einfach, ne? Wir formeln unsere Lights durch. Jetzt sind die hintere Position. Ja, sag einfach, wenn es losgeht. Ähm, Kantolz. Du sollst hier auf alle Fälle bleiben, ne? Soll ich zu euch kommen oder auch hier mit Kantolz? Ja, ja, nee, 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 du brauchst, du musst, du musst, du musst, du musst uns kommen. Sonst schaffen wir das, ne? Wichtig ist, die Heavys hier vorne im Block stehen. Und, äh, ein, zwei können hier raus eben. Denkt an die Ari. Die wird mit Sicherheit irgendwo hier drüben stehen oder so. Lights, wir fahren los. Oha, Lights übers Feld. Drei Lights. Okay, kurz Kommando zurück, Kommando zurück, Kommando zurück. Wir fangen die Lights ab. Heavys, ich brauche euch hier vorne auf Delta 6. Die Lights sind weg, die haben nur einen Turn gemacht. Mhm, das ist gut. Tick-Tock, rechnet damit, dass sie jetzt gleich bei dir auftauchen, also aufpassen. Check. Okay, die stehen da dahinten, die Lights. So, jetzt machen wir unseren Move. Wieder rüber mit unseren Lights. T-Zonelli ist weggefahren. A-T hat geschossen. A-T hat. Ja, dann müsste ich noch da. Gut. Hey, wir müssen uns doch vorbereiten, dass ihr hier vorne ran pusht. Wir müssen die Heavys mit. Boah, jetzt. Ne, ganz links fährt, macht der T-Zonelli sich auch nicht auf. Ganz links fährt, dann macht der T-Zonelli sich auch nicht auf. Was? Schießen ist in einem Spiel eine gute Alternative. Ja, die hat geschossen. Ja, Maus, Maus, wir gehen mal zu zweit rein hier. Klar. Wir haben bloß einen Turn und hauen wieder ab. Ja. Nichts reinkommen. Offen. Lights übers Feld. Bisher nur einer, aber... Passt. Die Heavys haben sich trocken lassen. Die Heavys, die Heavys, ihr habt da so eine Kontrolle, ja? Und los jetzt. Okay, die wollen jetzt auf Kantons gehen. Heavys, Heavys, Heavys draufschieben, die beiden Heavys hier vorne draufschieben. Komm, nehmen den 4 57er zuerst. Den Rambert, den Rambert, den Rambert, den Rambert, den Rambert live. Ich hab Terpöchen, den es kommt da. IS-3 einfach weiter zurück. Lie. Ihr shieldet die... Ah, ist er ledig. Tot gerammt da. Ist zu lustig. Da sind ziemlich viele APs oben aus der Lupe geflogen. Okay, wir helfen unseren Heavys. Zwei Leads übers Feld und die ARTI holen. ARTI haben geschossen. ARTI brauchen wir nicht. Scheiße, wir holen jetzt die Heavys hier. Auf jetzt. Ab in die City. Heavys holen. Hier, den einzelnen IS-5, wenn wir die Möglichkeit haben. Kann ich trotzdem übers Feld fahren? Ja, mach. Hey, Kärnchen, vielen Dank für dein Follow. Hier rein und dann... Ah, das wäre vielleicht jetzt ungünstig, wenn ich hier reinfahre und dann über AP. Lass uns doch lieber die beiden Isolierten dann nehmen. Ja. Los, schieb die rein. Schieb die rein. Ich fahre, ich fahre vor. Ich warte mal hinter, hier, hinter Meister. Ah. Der VK steht immer noch ganz außen. Ich hab der ARTI gefunden. Ja, hol sie raus. Ja, sicher. Die ARTI hat mich voll getroffen. Männers, 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 ich geb das Spiel nicht ab. So. Jetzt fokus, 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 fokussiert die Heavys, auf jetzt. Schultz, damit hin, ignoriere die Scheiße hier. Ja, mach ich doch. Auf jetzt. Hälfte im T-54, im T-54 Lightweight. Danke. So, und den nächsten. Den nächsten rausnehmen, D32 rausnehmen. Auf jetzt. Da kommen die zwei anderen Heavys. So, jetzt den nächsten. Ja, bis Spiel, Männers, ich komm. Drin, 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 drin. Ich komm, ich komm, ich komm. So, der 54er, äh, der 45er ist abgelenkt. Hier ist 5 als backup. Ja, das ist, seid vorsichtig. Wir sind alles One-Shots. Bis auf unser 49, 100, 41, 90. Pass auf, okay, kann das, den nehmen wir jetzt raus. Oh, das hast du mir jetzt. Geht durch mir jetzt, warte. Hier ist 5, steht. Schmidt, Steiner, fahr nach vorne. Warte, hier. Steiner, fahr noch. Ja, ja, fahr. Hat geschossen. Der will mich, oh nein. Oh, nee, ich glaub das nicht, ich glaub das nicht. Nehmen raus. Oh, weg. Venom, schöner Team-Damage mit. Aurek. Sorry. Hab ich genossen, hab ich das genossen. Hab ich das Spiel, trotz alledem, ne? Dann haben wir natürlich ein bisschen das Spiel abgegeben. Hey, Oehlauge, grüß dich. Paul Panzer, moin. Wir tauchen mal durch. Nachschark, moin. Hab ich vergessen. Alle anderen, die nachgekommen sind. Schönen guten Abend. Guten Abend. Kult raus, wir nehmen mal. Kult raus, wir nehmen Kult raus. Ich kann auch wohl aussetzen, Schneemittchen. Hansmann. Falko und Popias, Marei. Kann nix tun. So, 5 Lines für Fivis. Achso, für die, die das wissen wollten, den Clan War eben haben wir gewonnen. Mit starken 1 zu 0. Übelstes Abgecampe. Sehr nice. Also ich bevorzuge ja, wir haben zu 0 gewonnen. Das hört sich irgendwie cooler an. Ja, okay, wir haben zu 0 gewonnen. Also wir haben auf jeden Fall gewonnen. Falko noch ein Lines. Falko? Oder Falka? Moment, Team. Ich muss ja den Stream nur mit Maus machen. So, was haben die eben falsch gemacht, Leute, hier im Stream? Nur, dass ihr auch mitkommt. Die haben ihre Lights komplett isoliert von ihren Heavys. Die Lights sind in den Cap gefahren, konnten nichts machen. Unser glorreicher Feldkommandant, der Steiner, hat das rechtzeitig gelesen. Wir waren rechtzeitig mit den Lights zurück, haben die Lights weggeklatscht. Und dann war, haben wir es fast aufgegeben, weil wir zu leichtsinnig gespielt haben. Aber Gott sei Dank war der HP-Vorteil da. Mein Mikro, mein Kopfhörer ist kaputt. Ich muss morgen neuen kaufen. Habe irgendwas von glorreichen Feldkommandanten gehört? Da muss auch mal hier gelobt werden. Warte mal, warte mal. Maus am Bremshil, nächste Runde auswechseln. Auswechseln, auswechseln. Vorsicht wegen der Schleimspur. So hat er doch gut gelesen. Waren keine einfachen Gegner. Will, kriegst du dafür? Nichts. Nichts. Okay, ich brauche ein Spot hier. Von einem Lights. Die anderen vier Lights ab nach hier drüben. Heavys bleiben jetzt mal hinten in der Senke stehen. Hier vorne so, dass sie hier rüberschießen können. Puschen mit unserem Lights direkt gleich geradeaus rüber. Hier vorne durch. Denkt an, die haben die Ari. Also bewegen, bewegen, bewegen. So, pass auf folgendes. Lights schon mal abdrehen hier vorne. Lights schon mal abdrehen. Das ist ne... Okay, die Heavys sind da drüben. Okay, Lights. Wir greifen da drüben an. Ich bin gespottet hier, aber... Mh, naja. Heavys waren hier. Lights, wir freuen hier rüber. Wir freuen hier rüber. Versuchen, die hinten zu kriegen. T-54 Lightweight da unten. N-T49 auch. Wartet auf Falco. Komm, wir Lights rüber. Schön, schön, schön. Eigentlich war schon so weit abgedreht. Ihr müsst bloß sehen, dass ihr ein bisschen safe bleibt. F-CM auch in der Burg. Außer, du darfst auf keinen Fall sterben da, ne? Wenn du stirbst, dann geht's dicht aus. Okay. Jetzt bin ich motiviert. Gut. Und ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht anliegt. Ah, ja. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Äh, schießt mal einer blind in... Lights, kurz Position halten. Ich geh spotten. Dass die sich da reinfrauchen. Ich geh die offen. Steht? Ja, dann kann man nicht. Hervis pushen hier. Ja, ja. Lights, Angriff. Sieht das Spiel hinten rum. Ihr müsst das Spiel hinten rumziehen. War zurück, Leute. Machen wir ins Trunken Cap oder spielen wir es aus? Spielen es aus, wir spielen. Lights, seid ihr da? Ja. Der erste TG, dann den 54 Light und das letzte sind 50 Tonnen, okay? Direkt. Kommt da oben vom Berg runter. Und los geht's. Los, 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 los. Jetzt in Light, jetzt in Light. Dann in 50 Tonnen. Mega, die sind 54er, 54er. 50, 4, okay, 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 54 rausnehmen. So, jetzt, jetzt in 50 Tonnen rausnehmen. Ich glaube, die Heavy sind umgedreht. Dann angreifen, wir müssen angreifen. Der Light aus der Burg wird auch zurückgefahren sein. Ja, da sind wir da sind. Auf der Ridgeline da, auf der linken Seite. Gut, und jetzt Safe Ring, Safe Ring Lights, Safe Ring Lights. Wird schwierig. Ihr müsst hier drüben spotten, hier drüben, müsst ihr spotten in der Senke. Heavy sammeln und direkt raufschieben. Gut, und lasst du kommen, lasst du kommen, lasst du kommen. Ich habe keine Gundy Pression, Falko. Der kann euch nicht rausnehmen, der kann euch nicht rausnehmen. Sammeln, 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 sammeln und dann schiebt ihr die Heavis raus. Also, es sind vier Heavis, ihr seid zu fünft. Maus direkt da mit rein. Falko, schau, du mal ein bisschen zu dem, Duster. Ari, offen. Hey. Artie ab. Hat verschossen. Der Light ist nicht, Falko. So, jetzt, der Leidester, der Leidester, der Leidester. Hi. Nice. Aufsehen, Tausender. Gut. Maus, Maus, du musst durchspornen. Du brauchst hier drüben bei Falko, schnell. Maus, klar. Falko ist tot. Ja. Na gut, da hast du einen schönen Schuss ausgebracht. Schönes Spiel. 900er. Maus, einfach safe. Maus, darfst du nicht draufgehen. Was, Sven, nimm halt an. Warte, ich guck mal. Ich wollte mir die vordere Streetschild nehmen. Richtig noch weg heute, oder? Ja. Ja. Macht einen Stress, ey. So, Schneewittchen, Schneewittchen, direkter Weg rauf. Auf jetzt. Jo. Okay, dann zieht's nicht in die Länge. Ja, schön. Schönes Spiel. Hier, Leute. Campbell und neuen TD geschlagen. Was ist da los? Ich habe auch gutes Fokusfeuer. Herr Skara, grüße dich. Moin, eSport Zollox. Also, wie gesagt, wer mitfahren will, gerne Bescheid sagen. Was ist denn heute los? Nur gute Clans. Es gibt keine Mindestwehrenacht. Richtig. Wird keinen. So, ich brauche sofort einen Light hier unten, der mir unten den Spot bringt. Und, äh, 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 ähm, die restlichen vier Lights, wir pushen direkt hier vorne rein. Holy shit! Ich bin hier, 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 hier. Ähm, die Heavis, ja. Von hier vorne auf Busy. Und eben hier drüben ab, ja. Einer fährt auch links vom Stein. Ziel ist es hier mit den Lights, dass wir die Runde vorne ins Potter gleich rausnehmen, ja. Reinfahren, jeder maximal zwei Schuss, sobald wieder vom Pisten safe bringen. Kommt nix. Okay, wir drehen ab. Vorne. Einer drauf. Den Schuss hier hinten rein. Wir sind alle da. Ja. Leitz, mit mir mit. Wir fahren hier unten lang. Achtet, die neue Linie hoch. Also liegen wir hinten, ja. Wir wissen die Heavis sich aber dann irgendwann fallen lassen. Wir fahren hier, wir fahren hier hinten hoch. Alle da? Wollen wir, wollen wir die Artie. Alle da? Kett geschossen. Ja, bin da. Und los, und los, und los, und los, und los, und los. Wir halten uns gleich rechts, wir halten uns gleich rechts. Wir nehmen die Leitz raus und holen uns an die Ari. Man muss jetzt die Heavis aber noch rein daher holen. Nee, nee, der Falco muss im Grunde bleiben. Nee, nee, passt, 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 passt. Die Heavis kommen hier weg, die Heavis kommen hier weg. Wir sind alle gespottet. Wir ziehen die Leitz zurück. Ja, ist ja gut so. Ja, sollen wir mit den Heavis jetzt hier nicht Druck machen, ums Parereo? Ja, 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 jetzt Druck machen. So, jetzt muss man gucken, wo wir die Ari haben. So, Leitz, wir hauen wieder ab. Leitz, wir hauen wieder ab. Da hinten, der 110er, 110er, abheben. Leitz, abhauen, weg, weg da, weg da. Ah, er hat geschossen, wir hauen ab. Vollgas. Ich komme nicht mehr weg, ich komme nicht mehr weg. Ach, schade. Ich komme nicht mehr weg, ich komme nicht mehr weg hier. Warte, ich wollte wieder Anlauf. Scheiße, scheiße, scheiße. Sollen wir noch kurz hierbleiben und schießen? Ja, ich muss kurz Anlauf nehmen, sonst wird er nix. Dann die A-Team, die wird jetzt hier hinten auf der Ecke eingeaimt sein. Ja, 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 sicher, sicher. Ich krieg gleich mit Sicherheit die A-Team. Ich komme rüber. So, Heavy ist durchziehen, den Pirschen rausnehmen. Steiner, du kommst vielleicht auch raus, ne? Der Premier ist gerade ohne Einschuss zu kassieren rausgekommen. Äh, ich probier's. Okay, passt. Okay, wir hauen ab. Wieder einen Schuss auf den Pirschen und dann weiterfahren. Wir müssen eben dann drücken helfen. Richtig, 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 richtig. Einen braucht er noch. Drei Sekunden. So, folgende Slides, wir fahren hier unten rein, wir fahren hier unten rein. Wir bringen uns hier vorne auf Prozession. Heavis, probiert da einfach kurz zu halten, die kommen jetzt gleich mit allem zu euch. So, Falko, lass die Heavis hier vorne arbeiten, du musst uns gleich hier vorne gegen die Leitzchen helfen. Weg. Ja, die werden gleich die Heavis rushen, ja. Was, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Da machen sich. Okay, wir pushen hoch, wir pushen hoch. Heavis probiert euch in die richtige Fall. Wir pushen hinten rum, wir pushen hinten rum. Nehmen die 110er raus und die A hier raus. Kappen oder nicht? Ja, 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 ja. Komm, Fokus, Fokus auf die IS-3 hier vorne. Komm, einen noch, einen noch, genau. Ist das in Ruhe, lass den Ruhe ficken, lass den Ruhe ficken. Erst die Leitz, ficken. Los, 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 los. Erst auf die Leitz. Ja, ich kann nicht so viel rumballern, nicht so viel rumballern. Nehmen die 110er raus. Schnell. Und ich geh schon mal auf die Cap. Hier, fokussiert die Leitz, ihr müsst die Leitz rausschießen. Die Leitz. Ja, 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 ja. Ist gecheckt. So, die ARI suchen. T-54. Zwei zurück zur Cap, zwei zurück zur Cap. Reise, reise, okay. Und alle zurück zur Cap. Ach, Mensch. Redcat macht's durch. Furcht. Jamie, stell dich ganz vorne, du hast keine Cap-Punkte. Ja, die Schatten sind mal zurück. Ey. Komm, nimm den T-54. T-54, Lightweight noch rausnehmen. Genau. All du gut. Sehr gut, sehr gut gemacht. Wir könnten es auch zu Ende spielen, aber passt auch so. Na, 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 na. All du gut. Der T-54, Lightweight, kommt zurück. Einer, der nicht mit Cap, mal raus. Abfahren. Ja, fünf Sekunden noch, das passt schon. Ich hab nur getroffen einmal. Gut. Mit dem Aim hatten die Kollegen nicht ganz so, ne? Alles re-rolls. Kein CW-Clan. Alles re-rolls. Ich hol mir kurz was zu trinken, ja? Wow. Der war knapp. Fast hätte ich's geschafft. Kandolz, was ist das zufällig, Timmer? Ja, ich hab auf dich gehört. Ich hab auf dich gehört. Ja, sei es richtig gemacht. Beste Aussage, ja, ich hab auf dich gehört. Geil. Mann. Ja, die haben mich halt in der Mitte mit zwei Heavys rausgepusht, ja. Denkst du bis oben? Achso, ja, okay, okay. Nein. Da muss besser werden, Kandolz. Eindeutig. Muss besser werden. Ist notiert. Gut. Ready, ab. So. Sollst du jetzt als neues Goodie den Heißluftballon mit anbauen. Wie sieht's aus, Maus? Will der noch mitfahren, oder? Todesdrache, wie sieht's aus? Was, was, äh? Ich würde nächste Runde auch Pause machen. Von da aus, wird das schon passen. Todesdrache, du brauchst natürlich ein 8er Panzer. Irgendwas. T32, IS-3, Light, irgendein Light. Na Artie. Oh, nee. Leichter Artie. Ah. Los, ey. Hey, der echte, in welchem Clan bist du? Leider gegen uns verloren. Krawall, oder was? Ich brauche, äh, zwei Lights hier oben auf den Balkon. Ähm, zwei Lights bleiben hier hinten stehen. Und einer bringt hier vorne in der Mitte den Spot. Heavy ist hier vorne ran. Dann fahre ich in der Mitte den Spot holen. Jamie? Ich fahre im Balkon. Wird hier ein Bäs kaputt fahren, oder nicht? Ach, scheiß doch, die Bäschen. Wird keine Sau. Also Leute, ihr müsst rechtzeitig jetzt gleich sagen, wenn ihr mitfahren wollt, dann könnt ihr nächste Runde mitfahren. Habt ihr gehört, oder? Immer jeweils einer. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Bei 120 Zuschauern wird ja wohl einer dabei sein, der Bock hat. Ah, okay, der echte. Aber ihr habt ziemlich viele Rerolls bei euch, oder? Mit X1 Alpha. Hier hinten. Da steht einer, oder? Ja. Okay. Offen. Da kommt ein paar genauere Informationen über die Hälfte. Jawoll, jawoll. Ah, da ist er. Da ist er. Robert hat mich gespottet. Ja. Kommt noch ein Leit in der Mitte? Am Stockway Z. Alter, dude, alter, dude. Ach, na, eben, der achte. Ich chillig hier hinten mit Private Schneewibchen, um Push aufzuhalten, oder? Ja, ja, genau. Ihr bleibt erstmal hier auf der Zone erstmal. Geht gleich zusammen hin. Ich brauche noch mal ein paar Informationen über die Scheiße. Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die da unten beim WZ langfahren. Dass die jetzt fahren wir mal kurz rüber. Ja, das sehe ich, das sehe ich. Wenn die da kommen, sehe ich sie. Ja, okay. Dann brauchst du dann bloß nach oben wegfahren. Hey, Dotti, grüß dich. Leit mal vorne kurz gucken. Vielleicht sehen wir mal irgendwo ein Heavy. Um das Eck rum. Ja, einfach mal gucken. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, Heavy gefunden. Gut, okay. Leitz, Ansmann mit zu mir, wir werden gleich die Leitz rausnehmen, zusammen mit Jamie. Ein Leitz hier vorne mit runter droppen lassen, zu Jamie. Die Heavy ist jetzt auf der Defensivline. Kannst auf jeden Fall mitfahren, Todesdrache. Auf Folge fährst du mit? Okay, ich fahre mit Ansmann auf den WZ drauf und wer jetzt endlich hier runterkommt, der fährt mit Jamie auf den WU drauf. Wow, nehmen wir die raus und formen hier zurück. Deiner, warte mal, ich komme von unten mit. Okay, die wissen jetzt, dass ich da bin. Wir müssen jetzt schnell machen hier. Ja, wir kommen jetzt. Ich fahre schon mal vor. Und los jetzt. Fahren wir? Yep. Pass auf, auf dem Wachkomm. Mach der Ruhe zu oben, ne, lässt sich drum. Ich zieh gleich rum auf dem WU. Drecksauer. Gut. Wollen wir es nehmen. Hollala. Der WU hat geschossen, der... Warte, der hat geschossen, ey. Der muss hier oben stehen. Arthur hat geschossen. In die Base, oder? Wir greifen an, wir greifen an. Ansmann in die Base. Die Ari, die Ari, die Ari wird da drüben stehen. Wir greifen hier mit unseren Leitz hier drüben mit an und fallen den Tanks in die Platte. 50. 50 ab. Da habt ihr einen Chariot hier. Ja, behakt ein bisschen. Oh, Jamie, ich bin da. 300er. Mal, lass uns mal anfangen. Über den. 50, 100. Darf ich aus der Base rauskommen und den Chariot hier holen? 50. Oh, shit. Den nehme ich hier, den IS-5. Wir können euch aber anders konzentrieren. Na ja, wir gehen auf den Leit hier. Das gibt's gar nicht. RT, ja? Nee, RT hat mich rausgenommen. Ich versuch die IS-3 rauszunehmen. Der IS-5 libt ja immer noch, Alter. Ja, RT hat mich vorher rausgenommen. IS-5 hat geschossen. War noch die RT drauf. Der RT ist tot. Oh, Alter. Wir Leute, Garm's Rudel rasiert, Freunde. Aber trocken, ne? Trocken! Aber trocken, ja, genau. Mit einem alten Brötchen. So, macht Platz. Also Todesdrache würde ich ja mitfahren. Todesdrache heißt auch Todesdrache ingame. Be